Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, dass es Ihnen gut geht. Wir haben ja die erste Zeit zusammen miteinander verbringen können. Das war sehr schön. Jetzt in Coronavirus-Epidemie- oder Pandemie-Zeiten müssen wir uns ein bisschen umstellen. Ich habe sie ja mit Arbeit eingedeckt. Sie sind gut eingedeckt mit Material. Sie haben ihre Hausaufgaben. Die können wir jetzt halt von der Präsentation her nicht, was Eloquenz, Diskussion mit anderen betrifft, beurteilen. Aber man kann sehr wohl die Qualität ihrer Ausarbeitungen erkennen. Außerdem kenne ich sie ja alle gut und freue mich da über das, was schon eingereicht wurde und was da noch an entspannten Themen kommt. Heute will ich mit Ihnen ganz kurz wiederholen, was wir bereits miteinander unternommen haben. Dazu nehme ich einfach mein Skript und wir gehen mal ganz kurz durch. Nur zusammenfassend, was wir alles schon besprochen haben. Ja, da ist zum einen dieses Entscheidungsproblem der Ethik, mit dem wir begonnen haben. Sie sind vor Gleisen, auf der einen liegen wenige, auf der anderen viele Menschen. Das ist schon ein Dilemma, wenn Sie die Entscheidung hätten, den unaufhaltsamen, anjagenden Zug nach links oder nach rechts umzuleiten, sodass mehr oder weniger Menschen getötet oder schwer verletzt werden. Noch schwieriger wird es, wenn auf einer der Gleise Verwandte sind. Also Entscheidungsprobleme, das ist es, was uns in der Ethik enorm beschäftigt. Denn meistens sind die Dinge eben nicht so eindeutig, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. In Coronavirus-Zeiten erkennen wir diese ethischen Dilemmata, auch in Krankenhäusern, die überfüllt sind, wo wir plötzlich Menschen, die elektiv behandelt werden, in der Priorisierung nach hinten legen. Also dass vordringlich plötzlich alle diese Coronavirus-infizierten Patienten sind. Man wird oft auf Hygiene immer weniger geachtet, weil kein Platz mehr da ist. Menschen sterben, weil kein Intensivpflegeplatz vorhanden ist und anderes mehr. Dilemmata, die dabei entstehen. Wir sehen auch jetzt wieder bei dem Thema Coronavirus, dass man sich ganz intensiv bestätigt mit dem Thema Impfen oder nicht. Jetzt haben wir noch keinen wirksamen Impfstoff, keine wirksame, wirklich schlussendlich gute Therapie. Wir haben erste Ansätze, aber es wird alles jetzt erforscht. Bei der Forschung haben wir gelernt, da gilt die Deklaration von Helsinki immer dann, wenn wir bei Menschen etwas im Sinne des medizinischen Fortschritts tun wollen, dann brauchen wir Studien. Und bei diesen Studien sind eben die Inhalte der Deklaration von Helsinki zu beachten. Und da haben wir auch Institutionen kennengelernt, wie Ethikkommissionen. Die gucken danach, dass Patienten freiwillig daran teilnehmen, dass sie jederzeit die Studie verlassen können, ohne Angaben von Gründen, dass sie gut versichert sind. Und erst wenn das Votum der Ethikkommission da ist, dann darf mit der Studie begonnen werden. Dann geht es ans Regierungspräsidium, das macht dann den Daumen hoch. Ja, trotzdem geht manchmal was schief und dann haben wir schon wieder ein ethisches Problem. Denn dann geht das Ganze oft vor Gericht, wegen eines Arzthaftpflichtverfahrens, eines Strafverfahrens auch oft. Und dabei geht es darum, wurde legatis, also nach den Regeln der ärztlichen Kunst gehandelt, sind die Studienpläne eingehalten worden und anderes mehr. Gab es eine ordentliche Versicherung für den Patienten, hat er die Einverständniserklärung erhalten und selbstständig unterschrieben, war er zurechnungsfähig, also ansprechbar, war er im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Ja, dann haben wir drei Dinge kennengelernt, das Thema Rationalisierung, Rationierung, Priorisierung. Priorisierung hatten wir ja gerade schon, dieser Begriff, bei dem es darum geht, Dinge in einem bestimmten Rang oder Reihenfolge zu sortieren nach Wichtigkeit. Das haben wir dann kennengelernt bei der Organspende zum Beispiel, jetzt bei der Corona-Krise, wie ich es geschildert habe. Aber es gibt auch viele andere Dinge, wo man heute biovisiert mehr oder weniger Geld ausgibt, zum Beispiel Alt gegen Jung, mehr oder weniger erkrankt, Land- oder Stadtbevölkerung und viele andere Dinge gibt es dabei zu beachten, die die Bedürfnisse unterschiedlich einerseits artikulieren und andererseits auch in der Therapie unterschiedlich darauf reagieren. Rationierung, das nochmal, dass wir das festhalten, ist nicht vertretbar. Ethisch nicht vertretbar. Ja, da geht es um Maßnahmen einer Ausgabenbegrenzung, die wir so nicht halten wollen. Und deswegen spricht man auch oft von der Ökonomisierung der Medizin. Ja, das ist dann auch mit Recht so, wenn Medizin und Pflegekräfte sagen, das ist nicht mit unseren medizinischen Maßstäben vertretbar. Und da sage ich auch immer, auch die, die Gesundheitsökonom werden, sie sollen ihren Frieden schließen mit ihrer Geschäftsführung, aber sie müssen und sollten immer sozusagen dieses Ethos, was das ist, darüber reden wir noch gleich, das sollte immer ganz hochstehend den Patienten im Vordergrund sehen. Und da darf die das Geld erstmal nicht interessieren, aber sie werden schnell merken, dass das Geld ausgeht, knapp ist und dann müssen sie entsprechend reagieren. Im Gegensatz dazu haben wir eben die Rationalisierung kennengelernt, bei der es um eine Ausgrenzung umstrittener medizinischer Maßnahmen geht oder auch an irgendeiner Stelle können wir vielleicht einsparen, sparsam sein. Und dann ist es eben eine Ausgrenzung von Dingen, auf die man eigentlich verzichten kann. Igel ist so ein ganz typisches Beispiel, ja. Viele Igel oder individuelle Gesundheitsleistungen der niedergelassenen Ärzte sind sinnlos, Blödsinn. Da wird nur mit Geld verdient. Und das müssen Patienten sich nicht antun, denn da werden sie gebeten, aus der eigenen Tasche das zu bezahlen und kriegen das Geld nicht von der gesetzlichen Krankenkasse zurückerstattet. Bei der Rationierung, jetzt sind wir wieder bei diesem sozusagen schwierigeren Teil, der eigentlich ethisch nicht vertretbar ist, kommen wir trotzdem heute schon zunehmend an Grenzen und deswegen unterscheiden wir nochmal innerhalb der Rationierung von harter, über weiche, heimliche, offene, direkte, indirekte, explizite und implizite Rationierung. Was das ist, haben wir ja detailliert besprochen. Das habe ich ja nur nochmal erwähnt, dass wir da einen schönen Ärzteblattartikel hatten, den man sich angucken kann. Ja, und dann haben wir uns schon über Chancen und Risiken unterhalten, die nämlich in der Ethik verborgen sind. Und jetzt auch gerade bei dem Thema Public Health, öffentliche Gesundheitsversorgung, Coronavirus, das ist ja so ein großes Thema, passt wunderbar dazu. Da sieht man, dass der gesellschaftliche und auch der politische Druck auf das Gesundheitssystem ganz stark wächst. Das sind enorme Erwartungshaltungen natürlich von uns und von allen Menschen einer Gesellschaft, trotz zunehmender Knappheit der Mittel, alles zu tun, damit es den Patienten möglichst gut geht und dass diese Krise überwunden werden kann. Und das möglichst ohne Leistungseinschränkung. Aber genau das ist das Risiko. Wir sehen es, andere Krankheitsbehandlungen treten zurück hinter einem vordringlichen Thema. Das heißt, das ist immer das Risiko auch. Und irgendwann muss dieses Dilemma, dieses Ethische gelöst werden. Das tut dann die Politik. Und das ist die normative Ethik, auf die ich gleich zu sprechen komme. Ja, nichtsdestotrotz, was bleibt dann übrig? Die permanente Debatte um Gerechtigkeit und Solidarität. Am Anfang einer Krise wird das nicht so offensichtlich. Aber je länger sie dauert, desto stärker wird sie natürlich auch geführt werden. Tatsache ist aber auch, dass wir uns in der Vergangenheit, insbesondere im Rahmen der gesetzlichen Erstattungsmöglichkeiten, zu wenig in der Ökonomie, in der Gesundheitsökonomie mit Fragen der medizinischen Ethik beschäftigt haben. Mit Solidarität und Gerechtigkeit. Klar, mit Überverteilung unterhalten wir uns. Aber wir begegnen zu wenig glaubhaft dem Vorwurf einer angeblichen Entmenschlichung der Medizin und eben der Ökonomisierung, die damit verbunden ist. Daher ist die Chance auf der anderen Seite jetzt, gerade aus einer Krise heraus, sich mehr mit Gerechtigkeit, was wir miteinander füreinander tun kommen, so in den Vordergrund zu rücken. Und das betrifft unsere Fachgesellschaften, hier viel stärker in das Thema Ethik zu investieren, in die Diskussion. Und ich denke, das wird auch die Folge sein. Und in unserer Fachgesellschaft vertrete ich ja auch die zuständige Präsidiumskommission. Wir werden eine eigene Sitzung zu diesem Thema bei der nächsten Jahressagung haben. Ja, das führt uns aber auch zu dem nächsten Thema. Immer wenn man sich mit solchen Dingen der Verteidigungsgerechtigkeit beschäftigt, dann gibt es immer Menschen, die sich auch damit beschäftigen, ja, was ist denn jetzt vordringlich, was wir tatsächlich finanzieren müssen. Dieser Anreiz, der ist dann meistens gekoppelt mit Investitionen, mit Geldzusagen von der Politik und letztlich von den Krankenkassen, die das dann ausschütten, führt dann oft auch zu Fehlanreizen. So gibt es dann plötzlich Regionen, bei denen viel mehr Gelenke, Hüftgelenke und Knie operiert werden, als nötig sind. Das heißt, das ist ein völlig menschliches Verhalten. Ja, man streckt sich auch aus Sicht der Krankenhäuser verständlich nach den Rosinen, bei denen es sich besonders lohnt, die besonders schmackhaft sind. Und trotzdem muss man sagen, bei all den Fehlanreizen, die dann entstehen, wo man wieder zurückrudert und das versucht, mit Prüfungen, mit Preissystemen in Griff zu halten, mit Faltbauschalen, muss man sagen, die meisten Ärzte, Pflegekräfte, Gesundheitseinrichtungen, Sozialkassen und auch die Prüfer selber sind mehrheitlich einer guten Patientenversorgung und Pflege verpflichtet. Also Qualität als Chance in der medizinischen Ethik. Nun gehen wir ein bisschen in die Theorie rein. Das war dieses Thema philosophische Ethik, das immer auch eines voraussetzt, einen Erfahrungshorizont. Sozusagen, wenn wir eine schlechte Erfahrung gemacht haben, lernen wir daraus und handeln entsprechend. Wir adjustieren uns also selbst, auch als Gesellschaft. Und wir definieren immer stärker, was gut, weniger gut ist, schlechthin gut ist, oder was wir damit zum Ausdruck bringen wollen. Insofern gibt es einen philosophischen Überbau, der über diese Erfahrung und Kenntnisse nachdenkt und Ethik immer wieder moduliert. Das nennen wir dann auch philosophische Ethik, die dieses Dreieck Moral, Ethik, Gerechtigkeit versucht aufzufangen und nach Gründen für unser Verhalten und für unsere Regeln zu suchen. Tatsächlich ist es aber auch so, dass es ganz wichtig ist, wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass es da keinen einheitlichen Maßstab für alle Menschen gibt. Wir haben sehr unterschiedliche Völker, Traditionen, Kulturen, auch innerhalb unseres Staatsgebietes immens viele Kulturen, Hunderte, die miteinander leben und die sich auch untereinander inspirieren, auch uns stark mit verändern. Also wir haben Pluralismus plötzlich, der multifunktionell und aus vielen Richtungen modifiziert und ständig angepasst wird. Damit beschäftigt sich eben die philosophische Ethik. Aber wie reagiert sie darauf? Sie hat zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Sie kann das durch Flucht, einfach dem Problem aus dem Weg gehen oder es relativieren oder sie kann es als Herausforderung sehen, um bei der Konfliktlösung zu helfen. Flucht ist alles ethisch relativieren zum Beispiel. Also alles Handeln, alles was sozusagen an sittlichen Orientierung da ist, sei gleichberechtigt. Das geht natürlich in keiner Gesellschaft. Denn es geht ja immer um eine Beurteilung, ein Urteil über bestimmte Handlungsweisen und die widersprechen sich eben manchmal und wir brauchen dann Regeln, wie wir miteinander zusammenleben wollen. Der ethische Relativist gibt also eine bestimmte Überzeugung auf, die ihn mit anderen verbinden würde, indem er sich einfach der Frage entzieht, über richtiges Handeln und das Gute schlechthin zu urteilen. Den Konflikt dabei als Herausforderung zu betrachten, das ist sozusagen die andere Seite der philosophischen Ethik. Sie nimmt das an und gerade die Griechen vor 2500 Jahren haben diese Chance ergriffen und die Philosophen haben uns die ersten Antworten, die ersten sozusagen sittlichen Überzeugungen auf den Weg gegeben, die uns bis heute beschäftigen und ganz stark beeinflussen. Es gibt eine schöne Definition von Göbel aus dem Jahr 2013. Die Ethik kann ganz allgemein gekennzeichnet werden als die Lehre oder auch die Wissenschaft von Moral und Ethos, also vom menschlichen Handeln, welches sich von der Differenz zwischen gut oder sittlich richtig und böse oder sittlich falsch leiten lässt. Und um die Ethik nochmal in Bereiche zu gliedern, kann man sagen, da gibt es diesen deskriptiven, beschreibenden Teil, der konntest du als empirische Erfahrungswissenschaft sozusagen beschreiben, welche gesellschaftlichen Normen gibt es, was bestimmt das Handeln bestimmter Gruppen innerhalb der Gesellschaft. Und dann gibt es die normative Ethik. Die macht daraus dann, das ist es, das Handeln, das macht Handlungsnormen, letztlich am Ende auch sozusagen erstrebenswerte Ziele und Werte und Güter, nicht zuletzt Gesetze. Und die Metaethik, die entzieht sich dem. Das sind sozusagen aus der philosophischen Ethik wieder diejenigen, die zur Flucht neigen, aber also letztlich keine Aussagen darüber machen, was sittlich gut oder nicht gut ist, sondern es zum Forschungsgegenstand machen. Das ist dann zumindest ein positiver Aspekt. Die Ethik ist an sich nicht Moral und Ethik, sondern ich schaue sie mir einfach nur an und beschreibe sie auf der einen Seite und stelle dazu eine wissenschaftliche Frage. Sie ist sozusagen die Brücke von der Deskriptiven über die normative Ethik hin zum Forschungsgegenstand. Nehmen wir mal drei Sätze. Der erste Satz, foltern ist in manchen Fällen moralisch legitim. Das könnte in einer normativen Ethik vertreten werden, beispielsweise in bestimmten Formen der politischen Ethik. Das haben wir ja. Wir kennen so einen Fall mit dem Polizeipräsident in Frankfurt, der verurteilt wurde, weil er Foltern angeordnet haben soll, bei einem Kindesentführer und Mörder. Und er wurde dafür tatsächlich bestraft. Ein zweiter Satz. In der Gesellschaft A ist zum Zeitpunkt T die Mehrzahl der Personen davon überzeugt, dass Foltern in manchen Fällen moralisch legitim ist. Damit sage ich nicht, dass es legitim ist, sondern ich beschreibe nur eine Gesellschaft, also deskriptive Ethik, ich beschreibe eine Gesellschaft, in der es da unterschiedliche Personen gibt und vielleicht eine Mehrzahl, die davon sogar überzeugt ist, dass es richtig sei. Es postuliert aber nicht, dass es richtig ist. Andere Variante der deskriptiven Statistik sei, es besteht ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen einer autoritären Erziehung und dem Ausbilden der Überzeugung, dass Foltern in manchen Fällen moralisch legitim ist. Also das wird auch eher in deskriptiven Ethiken vertreten. Ja, jetzt haben wir diese drei Begriffe, deskriptiv, normativ und Metaethik. Und jetzt geben wir dem Ganzen natürlich noch ein methodisches Dach und das ist die Methodenlehre. Deskriptive Ethik, machen wir drei Kernfragen dazu. Deskriptive Ethik, was wird für das Gute gehalten, das Beschreibende. Die normative Ethik, was ist das Gute. Die Metaethik, sind die Aussagen über das Gute wahrheitsfähig. Und dann brauchen wir die Methode, sozusagen, die sich mit dem Ziel ja beschäftigt. Ich brauche eine Forschung, brauche immer ein Forschungsziel. Wie kann man Menschen bewegen, das Gute, das wir ja in normativer Ethik definiert haben, zu verwirklichen? Wir fassen zusammen. Deskriptiv ist beschreibend, beobachtend, erklärend, vergleichend, aber ohne zu bewerten. Normativ bewertet dagegen Phänomene als gut oder böse, sozial und unsozial, gerecht und ungerecht, sie nimmt also Stellung. Nun ist es so, Holzmann hat uns da sehr weitergeholfen. Sein Beitrag Wirtschaftsethik hat nochmal unterschieden. Die drei Begriffe, Ethik an sich, Moral, darüber haben wir auch schon gesprochen, Praxis ist selbsterklärend. Also quasi eine kritische Reflexion der gesellschaftlichen Praxis und Moral, die am Ende dann aber zementiert wird in Regeln, in Gesetze. Und dass genau diese akzeptierten Regeln der Gesellschaft, die Moral und Gesetz miteinander verbinden, da sprechen wir dann auch die Verbindung zum Ethos an. Also meine individuelle sittliche Gesinnung. Und am Ende haben wir sozusagen der Fahnenstange, was wurde daraus? Aus der kritischen Reflexion, aus den Gesetzen, im Handeln der Gesellschaftsmitglieder. Welche Praxis erkennen wir daraus? Nun, aus dieser Kombination von Ethik, Moral und Praxis folgert sozusagen auf der einen Seite der moralische Teil mit den intrinsischen, in uns selbst akzeptierten, von uns wertenden und akzeptierten Gesellschaftsregeln. Das Gesetz nimmt darauf wenig Rücksicht. Es hat sicherlich irgendwann mal einen geschichtlichen Hintergrund in dem, was wir persönlich denken. Aber es muss mehrheitsfähig sein und daraus entstehen dann oft sanktionierende, wertende und nicht wertende Gesellschaftsregeln, die nicht unbedingt jedem schmecken. Das ist das Gesetz. Das Gesetz muss also nicht unbedingt mit unseren intrinsisch wertenden Regeln übereinstimmen. Und Ethos, das ist sozusagen die Grönung des Ganzen. Wenn also intrinsische Gesellschaftsregeln und die von außen sanktionierenden, wertenden Gesellschaftsregeln, die Gesetze, wenn das in Übereinstimmung ist, intrinsisch akzeptierten, wertenden, individuellen Regeln wird, dann haben wir die Grönung des Erreichs, was wir dann auch Ethos nennen. Wenn wir individuell ein solches Ethos haben, entstehen sozusagen unsere inneren Werte in Übereinstimmung mit den Gesetzen und sie sind dann auch leicht zu befolgen. Ja, das war so der einführende erste Teil, mit dem wir uns beschäftigt hatten. Und dann haben wir einen kleinen Exkurs schon in die Geschichte gewagt. Was Menschen in der Geschichte der Vergangenheit also bis in die Gegenwart für sittlich und recht anzukennen bereit waren, wie sich das verändert hat und welcher Zusammenhang besteht mit der jeweiligen Lebenszeit, mit der Gesellschaft, in der ich lebe, mit der Kultur und Religion, mit dem Ort, an dem ich mich befinde und nicht zuletzt die Lebensform, die sich daraus ergeben hat. Und als Orientierungssysteme in unseren Breitengraden gelten eben die griechischen Philosophen. Da haben wir den Platon, den Sokrates und den Aristoteles. Ich sagte schon zweieinhalbtausend Jahre her, ist schon eine Weile her. Aber sie haben unsere Ethik stark geprägt, unseren Ethos letztlich, der daraus wurde. Und nach ihnen kam dann der christliche Schöpfer und Erlöser Gott im Mittelalter. Da ging es eher um ganz andere Motivationskräfte, nämlich Hoffnung und Angst. Hoffnung auf ein Leben im Paradies auf der einen Seite und die Angst vor dem Fegefeuer oder der Hölle oder dem Fehlen der Auferstehung auf der anderen Seite. Und in der Neuzeit kam dann jemand wie Kant, der aufgeklärt hat und in dem es dann auch eine Trennung von Kirche und Staat gab, von Religion und Politik. Das war vorher viel stärker miteinander vermischt und bis in die heutige Zeit sehen wir das in den meisten Ländern der Erde getrennt. Trotzdem für unsere Gegenwart lässt sich festhalten, wir haben eine ganze Menge von Rahmen- und Randbedingungen und Faktoren, die zu unterschiedlichen Positionen und Werte führen. Also die Orientierungssysteme der Ethik, die unterscheiden sich gewaltig. Ja, Sokrates, er war der Erste in der Reihenfolge der großen Philosophen. Sein Schüler war Platon und von ihm haben wir das berühmte Höhlengleichnis. Eigentlich schon so dieses erste Thema der Aufklärung beinhaltet. Ein Mann, der sozusagen in der Gruppe um ein Feuer in einer Höhle ist und nur die Schatten der Realität sieht, die Höhle verlässt, unter schwierigen Umständen oben gelangt, das Licht erkennt und plötzlich sieht er nicht nur die Schatten, sondern die Realität der Welt und kehrt dann wieder in die Höhle zurück und ist außerstande, diese Schatten, die er jetzt sieht, als Realität wahrzunehmen. Aber er ist auch überhaupt nicht in der Lage, den anderen zu erklären, was denn die Realität ist, denn die würden ihm niemals glauben, ganz im Gegenteil, Platon sagt, dass sie ihn am Ende sogar umbringen würden, ob seiner Erkenntnisse, die sie ihm natürlich nicht abnehmen. Ein berühmtes Gleichnis, aber auch ein bisschen elitär, denn das war natürlich auch Platons Sicht, nur ganz wenige schaffen sozusagen den Weg aus der Höhle raus, um die Wahrheit sozusagen zu erkennen. Aristoteles war kein Schüler von Platon und er hat letztlich das, was Sokrates und Platon hinterlassen haben, weiter verfeinert. Insbesondere dem Aristoteles, dem Jüngsten, haben wir eine Menge zu verdenken, was bis in die heutige Zeit wirkt. Er hat zum einen gesagt, Ethik darf nicht etwas sein, was nicht verwandelbar ist. Es wandelt sich. Das heißt, es gibt nicht nur den Schritt nach oben und das ist die Wahrheit. Nein, das Ziel der Ethik, sagt er, ist nicht die Erkenntnis allein, sondern es muss sozusagen zu einem praktischen Handeln auch noch führen. Und er will sozusagen konkrete, oder beschreibt konkrete Werte des Lebens wie Reichtum, Schönheit, Klugheit. Aber die seien alle ambivalent doppelwertig. Das heißt, sie führen ebenso zum Glück wie zum Unglück, je nachdem. Es ist nicht zwangsläufig, dass der gesteigerte Erkenntnisgewinn zu Handlungen führt, die am Ende auch glücklich machen. Ganz im Gegenteil, er bringt das Beispiel aus den griechischen Sagen wie Midas, das kennen wir ja, der hat seinen Reichtum nicht Glück gemacht und den Palomedes hat auch seine Klugheit ins Verderben geführt. Und deswegen hat er sich was Listiges überlegt, nämlich den sogenannten Mittelweg. Er sagt, wir müssen sozusagen einen Weg zwischen den Extremen, weil beides im Extrem, hier der Reichtum, da die überströmende Erkenntnis, scheint nicht das Ideal zu sein, sondern es gibt wohl offensichtlich sowas wie zu viel und zu wenig. Das war so seine These. Und er macht es, diesen goldenen Mittelweg, an einem Fest, in dem er sagte, also wir haben auf der einen Seite sozusagen die Triebe, das Streben nach Reichtum und die Erkenntnis mit dem Streben nach äußerster Vernunft, das kann man sozusagen nur über einen goldenen Mittelweg erreichen und führt dann zu einem glücklichen Leben. Also sozusagen der Weg zwischen Pflicht und Kür, das ist für ihn der goldene Mittelweg. Und etwas, was er ganz stark betrieben hat und mit dem wir uns dann auch noch näher beschäftigen, ist das Thema Cremastik und Gewinnstreben. Und darüber rede ich mit Ihnen dann das nächste Mal. Ein ganz wunderbarer Gedanke von ihm, sehr ausformuliert, der auch für unser Gesundheitssystem viel Innovatives bis heute beinhaltet und dem wir noch viel lernen können. Ja, in dem Sinne wünsche ich Ihnen noch viel Spaß bei der Ausarbeitung Ihrer einzelnen Teilaufgaben und Freude beim weiteren Vorbereiten und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!